Musik Fasar Bieler, ich war im März auch in Jos in dem Priesterseminar von Erzbischof Kai Gama, dem Vorsitzenden der nigerianischen Bischofskonferenz und habe fast meinen Augen nicht getraut, denn dort in Jos im Priesterseminar waren 437 Seminaristen. Wir haben dann von dem Regens dort gehört, dass er Männer abweisen müsse und haben ihn gefragt, haben die denn keine Berufung? Und er hat zu uns gesagt, nein, nein, die Männer hätten durchaus eine Berufung. Davon ist er überzeugt. Fasar Bieler, wie ist das bei Ihnen in Kaduna? Müssen Sie auch Männer wegschicken, weil sie nicht genügend Platz haben? Ja, im Moment ist es genau so. Wir haben nicht genug Unterkunftsmöglichkeiten und von daher müssen wir die Männer abweisen. Und zuvor, also wenn man jetzt auf die Theologen im Seminar, im Priesterseminar schaut. Und jetzt haben wir auch Philosophie-Studenten. Also in der Vergangenheit hatten wir ausschließlich Theologie-Studenten im Priesterseminar und jetzt sind dort auch die Philosophie-Studenten. Also im gleichen Gebäude sind also junge Männer untergebracht vom Kurs Philosophie 1 bis Theologie 4, was einen Zeitraum von 10 Jahren abdeckt, bis man bei uns das Priesterseminar abschließt. Und eben deshalb haben wir dieses Problem, dass wir nicht genug Raum, nicht genug Platz haben. Und wenn die jungen Männer sich bewerben, dann nehmen wir eben nur so viele an, wie wir unterbringen können. Und ich möchte eben auch sagen, dass Sie uns auch dabei geholfen haben, die Schulungsräume aufzubauen und unsere Kapelle. Und als Sie im März eben da waren, war es wirklich ganz wunderschön. Und wir haben eben diese wunderschöne Kapelle und eben auch ganz schöne Schulungsräume für die Theologen, dank Kirche in Not. Es ist ja auch durchaus sehr gefährlich, in Nordnigeria Christ zu sein. Vater Bieler, Sie haben mir im März eine Geschichte erzählt. Um das Jahr 2000 herum habe ich nur noch grob in Erinnerung. Da waren Sie in einer Kathedrale, ich nehme an, im Norden Kadunas, also da, wo der muslimische Teil ist. Was ist da passiert? Ich wurde 1999 zum katholischen Priester geweiht. Und 2001 gab es dann die Ereignisse um die Einführung der Scharia durch die Muslime. Und die Christen sind dann auf die Bühne getreten und haben gesagt, nein, es kann nicht sein, dass in Kaduna, also im Staat Kaduna, die Scharia eingeführt wird. Daraufhin wurden die Christen angegriffen und getötet. Wir sind dann zur Kathedrale gegangen. Als wir in die Kathedrale gingen, war diese umringend, umzingelt von Muslimen. Und ihr Ziel war es, offensichtlich in die Kathedrale einzudringen und uns zu töten. Wir hatten also eine Sache da, ich weiß jetzt gar nicht genau, wie man das nennen kann. Es war keine wirkliche Waffe, aber es war etwas, was man mit Pulver füllen kann und was dann explodiert. Und wir wollten dieses Ding einsetzen, aber in der Kathedrale, also die Priester sagten, nein, das können wir nicht machen. Wir müssen zulassen, dass sie reinkommen und uns umbringen. Und in meiner Aufgabe, die ich damals inne hatte als Administrator in der Kathedrale, habe ich gesagt, nein, das können wir nicht zulassen. Ich habe den zuständigen Priester für die Kathedrale, also ein bisschen ausgetrickst, habe ihn in die untere Etage geführt, bin nach oben gegangen und habe diese Waffe geholt. Und habe diese Waffe einem der jungen Leute gegeben. Und er ist auf eine Seite der Kathedrale gegangen und hat dann in die Luft geschossen. Und die Muslime sind dann weggerannt und haben gerufen, oh, die sind bewaffnet in der Kathedrale. Wir haben diese Waffe dann also neu mit Pulver befüllt, er ist auf die andere Seite der Kathedrale gelaufen und hat wieder in die Luft geschossen. Und die sind dann weggelaufen und haben gesagt, in der Kathedrale sind alle voll bewaffnet. Und so auf diese Weise sind wir praktisch gerettet worden und wir vier Priester hatten uns miteinander schon darauf vorbereitet, die Beichte abzunehmen für den Fall, dass man uns töten würde. Aber so kam es, dass wir immer noch leben. Sind das nicht mutige Leute? Mit viel Ideenreichtum. Ja, wir haben heute Fatima-Tag und deswegen kann die Frage gar nicht ausbleiben an Sie, Schwester Maureen. Wie kommt man in Nigeria darauf, eine Kongregation Our Lady of Fatima Sisters zu nennen? Was macht Ihre besondere Spiritualität aus? Wir heißen die Schwestern unserer lieben Frau von Fatima. Aufgrund unseres Gründervaters, der Bischof, der Bischof hat uns diesen Namen gegeben. 1965 sind wir gegründet worden. Und in dieser Zeit hatte eben unser Gründungsvater, Bischof John Reddington, diesen Eindruck, dass die Botschaft von Fatima einfach eine sehr, sehr reichhaltige Botschaft ist für die Menschen, die armen Menschen in unserer Zeit. Und die Botschaft von Fatima ist ja im Wesentlichen eine Botschaft des Friedens. Und so vertraute er uns die Diözese von Jos an, unter dem Patronat von unserer lieben Frau von Fatima. Und er wollte, dass wir Inspiration und Impuls ziehen aus der Botschaft von Fatima, diese Botschaft leben und Frieden in unsere Welt bringen. Deshalb heißen wir Schwestern unserer lieben Frau von Fatima. Was mich selber, Dankeschön, Schwester Maurin, was mich selber sehr erstaunt hat, als ich dort war, in wie vielen Kirchen man in Nordnigeria vorne in der Kirche ganz selbstverständlich eine Fatima-Statue stehen sieht. Bei uns ist das ja eher relativ außergewöhnlich. Also in Nigeria ist die Fatima-Botschaft sehr verbreitet. Schwester Dorcas, vielleicht können Sie mal kurz aufstehen, weil Sie so ein tolles Fatima-Gewand anhaben. Ich glaube, das haben Ihre Novizen ganz speziell bei Ihnen an. Vielen Dank. Also ich habe das sehr bewundert, als ich im März bei Ihnen war. Schwester Dorcas, vielleicht können Sie uns mal einen Einblick geben, wie sieht so ein Tag als Novizin der Our Lady of Fatima Sisters aus? Wann müssen Sie aufstehen? Okay, danke. Each day, early at 4.15 a.m., we wake up, we take our bath, then 4.30, 15 minutes to 5, we went to the chapel. Also morgens um 4.15 Uhr in der Frühe wachen wir auf, waschen uns und dann geht es um 4.45 Uhr in die Kapelle zu einer ersten Meditation. Und die Schwestern helfen auch dabei, das Allerheiligste Sakrament auszustellen, damit wir es anbeten können. Und in dieser Meditation, die da erfolgt, werden wir angehalten, wirklich in die Tiefe zu gehen, in unserem Leben, in unserer Verpflichtung mit Gott zu leben. Und wirklich in die Tiefe der Gründe zu gehen, warum wir Gott folgen und dienen wollen. Um 6.30 Uhr haben wir dann ein gemeinsames Gebet mit der Gemeinde. Danach gehen wir dann zur Messe. Danach gehen wir dann zur Messe. Und danach erfüllen wir dann sozusagen unsere Gemeinde. vormittäglichen Pflichten. Also wir kümmern uns ums Haus, wir reinigen die Böden, geben den Pflanzen Wasser und so weiter. Um 8.00 Uhr in der Früh gibt es dann Frühstück. Und danach machen wir dann weiter und kümmern uns ums Reile machen im Haus. Um 9.00 Uhr gehen wir dann in die Klassenräume. Wir haben sehr viele unterschiedliche Fächer, in denen wir unterrichtet werden, wie etwa menschliche Entwicklung, Gebet, Moral und Ethik und so weiter. Um 1.00 Uhr haben wir dann das Mittagsgebet. Und dann kommt das Mittagessen um 1.30 Uhr, 13.30 Uhr. After the lunch at 2.00 Uhr, we have our Siesta. Und dann um 2.00 Uhr, Siesta. After the Siesta, at 4.00 Uhr, we wake up for creative work, either making of rosaries, candles, Yagi, Moringa and so on. Um 4.00 Uhr stehen wir dann auf und dann fängt das kreative Arbeiten an. Also wir fertigen Rosenkränze oder Kerzen, Moringas und so weiter. Then at 6.15 Uhr, we have our evening prayer. Um 6.15 Uhr am Abend folgt dann das Abendgebet. After the evening prayer, we come for recreation at 7.00 Uhr. Und dann gibt es so einen rekreativen Moment um 7.00 Uhr am Abend. During the recreation, we watch news or we interact with each other as sisters in the community. Und zu dem Zeitpunkt, wir schauen dann meinetwegen die Nachrichten oder tun einfach Dinge miteinander. Also wir Schwestern der Gemeinschaft. At 7.30 Uhr, we have our dinner. Und dann gibt es um 7.30 Uhr das Abendessen. After the dinner, at 8.00 Uhr, we go back for recreation. Und nach dem Abendessen, also gegen 8, 8.30 Uhr, geht dann nochmal diese rekreative Zeit weiter. At 9.30 Uhr, we go for night prayer. Um 9.30 Uhr folgt dann das Nachtgebet. After the night prayer, we come back to our rooms. Then at 10.30 Uhr, lights out. That's the off lights, not any talking again. Und nach dem Nachtgebet um 20.30 Uhr ist es dann um 21.30 Uhr so, dass wir alle in unsere Zimmer zurückgehen. Lichter aus, da passiert dann gar nichts mehr. Wir schlafen dann ein, schlafen ein in der Verbundenheit mit dem Herrn und bitten ihn darum, dass wir einmal mehr am Morgen erfrischt und ausgeruht aufwachen. Thank you. Schwester Maurin, wir haben heute den 13. Oktober und ich habe es heute Abend schon mal bei anderer Gelegenheit erwähnt. Heute wurde Nigeria dem unbefleckten Herzen Mariens geweiht. Was bedeutet Ihnen das? It means so much to us, because that was one of the requests of Our Lady of Fatima. As our Professor Father has said, she is specifically back for the consecration of Russia. And looking at what is happening in the world today, the whole world needs to be consecrated to the Immaculate Heart of Mary. And mostly with the crisis situation in our country, she promised the children of Fatima, Lucia, Jacinta and Francisco. Diese Weihe bedeutet uns sehr, sehr viel, denn es handelt sich ja bei dieser Weihe um eine der Bitten, die die Gottesmutter damals ausgesprochen hat. Sie sprach von der Weihe von Russland an ihr Herz, aber wenn wir auf die Welt heute schauen, dann sehen wir, dass die ganze Welt ihrem Herzen geweiht werden muss. Ganz besonders auch in Bezug auf die Krise in unserem Land. Und wenn wir das anschauen, was sie den drei Kindern, Lucia, Jacinta und Teresa, gesagt hat. She said, when her request is granted, her immaculate heart will triumph and there will be peace. Hat sie ja gesagt, wenn dieser Wille erfüllt wird, dann wird ihr unbeflecktes Herz triumphieren und es wird Friede sein. Von daher sind wir sehr, sehr froh, dass Nigeria heute dem unbefleckten Herz Mariens geweiht worden ist, durch alle Bischöfe des Landes und im Beisein von Vertretern aller Städte unseres Landes. Und die Weihe hat in Benin-Stadt stattgefunden. Und wir sind der Überzeugung, dass diese Weihe einen kontinuierlichen Frieden in unserem Land zeitigen wird. Und wir wünschen uns wirklich, dass dieser Friede alle Länder der Welt erfüllen möge. Maria wird ihre Versprechen halten und sie wird es tun. Wir sind sehr froh. Pazabila, ich habe im März gehört, dass circa 30 Prozent der Bevölkerung Nordnigerias mittlerweile Christen sind. Das war vor 60, 70 Jahren noch ganz anders. Welche Bevölkerungsgruppen sind denn besonders stark christlich geworden? Wenn Sie einen Christen fragen, würde der Ihnen sagen, wir sind mehr Christen als Muslime. Wenn Sie einen Muslim fragen, würde der sagen, wir sind mehr Muslime als Christen. Und so, wenn Sie diese Statistik hören, müssen Sie wissen, wer es sagt, und von welchen Quarters es kommt. Wenn es also um Zahlen und Statistik geht, muss man immer berücksichtigen, wer von ihnen spricht und in welchem Kontext, vor welchem Hintergrund. Aber der wichtige Punkt an der Sache ist, dass es viele Menschen gibt, die vom Islam zum Christentum übertreten. Weil sie einfach sagen, es ist schwierig, einer Religion zuzugehören, die für so viel Blutvergießen sorgt. Und man bekommt ja das Gefühl, dass egal, wo man hingeht in dieser Welt, wenn es um die Krisen in dieser Welt geht, wird immer auch der Islam genannt. Und Christentum hingegen ist das Gegenteil, eine Religion des Friedens. Und von daher wächst das Christentum, immer mehr Menschen kommen dazu und nicht nur das, das Christentum predigt wirklich die Liebe. Die Liebe der Christen als solche symbolisiert das Evangelium, die Verkündigung und die Liebe als solches. Deshalb wächst das Christentum. Und deswegen wird es auch verfolgt in Nordnigeria, weil die Muslime Angst haben. Nun, der eigentliche Grund, warum es Christenverfolgung in Nigeria gibt, ist folgender. Also der Islam kam im 11. Jahrhundert nach Nigeria. Und das Christentum kam zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Nigeria. Und angesichts des raschen Wachstums des Christentums sind die Menschen im Islam einfach nicht glücklich damit. Und sie fragen sich, warum sollte das Christentum zum Nachteil des Islam wachsen? Das ist einer der Gründe, warum sie Christen verfolgen. Unsere Zeit ist schon weit fortgeschritten. Und darum hätte ich abschließend noch die folgende Frage. Pastor Bila oder Schwester Maurin, in der Berichterstattung über Nigeria hört man meistens immer nur dann was, wenn es um Boko Haram geht oder vielleicht auch noch ganz selten, wenn es um die Fulani geht. Man hört, wie schwierig und wie gefährlich es sein soll, nach Nordnigeria zu reisen. Selbst Leute aus Südnigeria trauen sich nicht in ihr Gebiet. Was wünschen Sie sich von Europa und was wünschen Sie sich von der Medienberichterstattung hier? Eben, es ist halt schwierig, in den Norden zu reisen, weil dort eben die Gefahr von Boko Haram herrscht. Und wir haben aber auch gesagt, dass wir ja schon bereits mutig sind. Und wir glauben daran, dass Frieden sein wird. Und wir möchten natürlich nicht, dass Menschen Angst haben, zu uns in den Norden zu kommen. Wir glauben an Gott, der uns retten wird. In Nigeria feiern wir in diesem Jahr das Jahr Mariens. Ich möchte Ihnen noch mal versichern, dass wir ab dem heutigen Tage fest daran glauben, dass unsere liebe Frau für Frieden sorgen wird. Bitte haben Sie keine Sorge, in den Norden zu reisen. Wir sind jetzt hier, wir sind dort. Kommen Sie zu uns, Sie werden dort sicher sein. Die Gruppe von Kirche in Not ist im März bei uns gewesen. Und sie sind sicher und wohlbehalten in Deutschland wieder angekommen. Und so soll es immer sein. Mit der Gnade Gottes wird es so sein. Ich möchte noch hinzufügen, dass die Medien manchmal einfach übertreiben. Was die Medien berichten, ist nicht unbedingt notwendigerweise das, was vor Ort passiert. Ich sage ganz herzlichen Dank an Sie drei. Ganz herzlichen Dank, Fasar Bieler, Schwester Mauri und Schwester Dorcas. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse zu Hause und auch hier im Saal. Ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten bei Kirche in Not, wenn es heißt Kirche in Not vor Ort. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Vielen Dank, auf Wiedersehen.